heute möchte ich euch etwas zeigen nämlich wir werden heute bei paykeybitz in den kommentaren schreiben er soll ein full champions modus machen wenn wirklich ein full champions modus in den pick-up mehr kommen soll so was von hat feiern und dann schreiben als wird er wirklich sehen also ich hoffe das wird es geben wir einmal schon auf instagram wir haben auch schon das letzte bild von paykeybitz schreiben jetzt einmal so weil wir gehen immer hier eine tolle tastatur von deutsch boah ich hasse das so dass jetzt german und englisch also von german auf er von englisch auf german anders herum muss sein das heißt wir machen mit german beschreiben deutschen dann besetzen wir das auf englisch so beschreiben das mecke for champions mode only den jungen chance chance to foot cards you have at least 98 denn you are qualified and you have for the games the game simulates you and cool preises und hat bei cool so wenn ihr mir folgen wollte hier sieht ihr das ist mein account ich finde er war echt nicht aktiv jetzt bin ich wieder ein bisschen mehr aktiv auf jeden fall ich werde jetzt viel viel mehr aktiv sein ich mache jetzt aber nicht jeden tag die karten denn ich habe einfach geschrieben dazu täglich neue karten oder im bild sieht man es auch also ja ich hoffe euch hat es gefallen ich werde jetzt alle bilder übersetzen außer mal die sofort karten hier und ich hoffe ich habe das video gefallen wenn ja lasst eine positive bewertung da und ja bis zum nächsten mal